Schalke wieder mit Kapitän Thon und zu Beginn sehr konzentriert mit dem Heißhunger auf die drei Punkte. Der wiedergelesene Kmetzsch gegen Fjordhoff. Und dann Foul an Martin Max. Und während Petersen noch diskutiert mit den Schiedsrichtern, läuft der Freischuss. Und zwar über Martin Max und Oliver Helds. 1 zu 0 für Schalke. Tot und der 20 Meter Anlauf von Hami. 2 zu 0. Bernd Schneider, er wurde stärker jetzt. Mit letztem Einsatz auf Sobozik. Reck und dann ist Fjordhoff da. Nur noch 2 zu 1. Der neue Funken Hoffnung. Weber, Andreas Müller und der Pfiff. Elfmeter für die Eintracht in der 54. Minute. Olli Reck gegen Thomas Sobozik. 2 zu 2 durch Frankfurts auffälligsten Thomas Sobozik. Noch 15 Minuten. Eintracht löste den Libero auf. Olaf Jansen jetzt nur noch im Mittelfeld zu sehen. Hier ist er. Auf Westerthaler. Schneider und da ist Olaf Jansen. Ganz alleine vor Reck Jansen. Einmal, zweimal und drin ist er. 3 zu 2 für die Eintracht. Das war's. Das war's. Schöne. 2 zu 3. 2 zu 1. 3. 3. 3. 7.